Sag mal, wann ist Gestik eigentlich zu viel Gestik? Diese Frage habe ich bekommen und die möchte ich gerne beantworten. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Genial Reden. Wie immer geht es dir um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser miteinander reden. Mein Name ist Martin Rettmer und ich hoffe, es geht dir gut. Und wir haben jetzt hier gleich ein grandioses Video für dich vorbereitet. Wann ist Gestik zu viel Gestik? Stell dir vor, ich mache ein Video, wo du ganz viel erfährst und wo wir einfach richtig viel aufgebaut haben. Wir haben großartige Sachen. Ich habe A, B und C für dich vorbereitet und kannst ganz viel miteinander verbinden. Jeder von uns wird hier ganz viel. Dann ist Gestik zu viel. Pass auf, wenn deine Hände nie still stehen, dann wird es zu viel. Wenn du merkst, du bist wie ein Fluglotse unterwegs, dann geht das nicht. Das ist zu viel. Deine Hände sollen das Gesagte unterstützen. Deine Hände sind Sprechwerkzeuge, die nimmst du für die Unterstützung. Wenn die Hände vom Thema ablenken, dann ist es zu viel. Kann ich dir jetzt nicht sagen, sind das jetzt 10 Bewegungen in 10 Sekunden oder sind das 100 Bewegungen in 10 Sekunden? Wenn du merkst, es ist zu viel, dann lass es sein. Du merkst, ich gehe mal einen Schritt zurück, du merkst immer wieder, ich nehme meine Gestik. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst, ich nehme meine Gestik und komme dann immer wieder in die Ruheposition. Das hier nennt man die Hände parken. Wenn du die Gestik zu viel einsetzt und immer wieder deine Hände machen, dann wirst du merken, du machst die Menschen wuschig. Ich übertreibe wieder. Nicht, dass du denkst, ich mache das jetzt hier bewusst. Deine Hände unterstützen das Gesagte. Du kommst immer wieder in die Ruheposition und du parkst deine Hände hier. Dann kannst du ganz normal wieder sprechen. Du kannst deine Punkte A und den Punkt B ansprechen und dann kommen die Hände wieder hier zusammen. Wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht mehr in diese Ruheposition, dann musst du etwas ändern. Jetzt hast du vielleicht ein Riesenprojekt und du bist begeistert, du bist voller Euphorie und du willst alles. Trotzdem, irgendwann kommst du wieder hierher. Du musst die Ruhe bringen und das schaffst du auch durch Pausen. In der Pause stehen die Hände still. Entweder eine stehende Gestik oder du sagst, an der Stelle ist es für mich wichtig, Folgendes zu tun. Achten Sie auf und dann geht es weiter. Du kannst immer wieder deine Gestik neu starten und einsetzen. Aber bitte achte darauf, dass du nicht wie so ein Fluglotse daherkommst. Die meisten Menschen haben übrigens das Problem, überhaupt Gestik zu nutzen. Aber wenn Menschen zu viel Gestik einsetzen, auch das kann ganz schön unangenehm sein. Das ist dann so hektisch, so übertrieben, so gelernt sieht das aus. Und deswegen achte darauf, nicht mit der Gestik zu übertreiben. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und wenn du sagst, jo ist cool, Daumen hoch, abonniere den Kanal, sodass du alles immer erfährst, was ich hier auf dem Kanal bringe, sodass du weißt, worum es geht, dass du immer auf dem aktuellen Stand bist. Und wenn du sagst, ja, aber ich würde gerne noch mehr machen, dann nutz doch dieses Online-Video oder beziehungsweise was ist das? Ein Online-Kurs, jetzt habe ich es. Du siehst, manchmal passiert es auch mir, dass sowas ist. Deswegen nutz den Online-Kurs, um weiterzukommen, damit du noch besser wirst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit und bis demnächst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.